Ich habe das Gefühl, ich werde das bereuen. Freunde, das ist meine absolute Lieblingstasche. Die sieht schon ein bisschen abgeranzt aus. Deswegen dachte ich mir, werde ich da ein kleines Glow-Up verpassen. Kennt ihr das in eurem Kopf? Habt ihr eine richtig fette, krasse Vision? Und dann setzt ihr die um und dann entsteht sowas. Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Aber jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Zwischenstand, meine Tasche sah aus wie ein Stück Tuck. Ob ich zufrieden war? Nein. Aber wir können das Ganze noch retten. Habt ein bisschen Vertrauen. Ich habe mir überlegt, diese Kette in diese Tasche reinzufählen. Und ja, was habe ich mir dabei gedacht? Ja, das ist das Ende der Gästen. Und ich würde die Tasche höchstens auf meine eigene Beerdigung tragen. Was soll ich sagen? Drei Stunden verschwindet.